Waffe. Waffe. Nochmal Waffe. W awesome. Ich hab das gefühl,dass das ganz woanders ist. Hä? Ich find's hier jetzt auch nicht. Also ich seh auch kein Meer jetzt gerade im Moment. Ich seh kein Wasser hier. Ich seh aber auch nicht die Stadt. Ja, ich such mal gerade nach der Stadt. Okay, ich nehm dann derweil alles mit, was du noch da hattest. Wenn mich jetzt ein Zombie angreift, wehre ich mich aber auch nicht. Vor allem die wichtigen Sachen nehme ich mit. Was ist das hier? Ein Heatpack. Ich kann ja eigentlich auch ein paar Sachen in deinen Rucksack packen. Dann werfe ich mal die Streichhülser weg. Die brauchen wir ja sowieso nicht mehr. Hobo. Hobo. A. Hobo. Hobo A. Chorillisch müsste man können. Lesen können. Ja, das wäre von Vorteil. Ach, ich kann ja den Rucksack gar nicht in den Rucksack packen. Okay, dann muss ich mich jetzt entscheiden, was ich mitnehme. Also das Wing Kit brauche ich mir. Ich möchte gerne meine Waffe haben. Die habe ich schon eingesteckt. Das ist gut. Da mach dir mal keine Sorgen. Lass das mal den Papa machen. Der Papa macht das gut. Oh, das ist hier irgendwie nicht drin. Vielleicht ist das auch gar kein Schild, sondern einfach nur Werbung oder so. Das da machen wir auch weg. Die Munition sollte man mitnehmen auf jeden Fall. Die Axt wäre auch noch ganz nützlich. Was ist... Ah, ich glaube, hier waren wir mal. Das ist hier voll die Fabrik. Und das ist hier voll am Lecken. Hier sind Autos. Das ist so feste mitten in der Pampa, ne? Komm, ich ziehe die Jacke an. Egal, ob dem heiß wird oder nicht. Den Helm ziehe ich auch wieder auf. Egal, ob dem heiß wird oder nicht. Dann habe ich nämlich Platz genug. Das Ganze hier so anzupassen, dass ich dann... Was ist denn für ein geiles Gelände, Alter? Und treibst du dich denn jetzt schon wieder rum? Ich suche eigentlich nur ein Schild, aber es ist voll das geile Fabrikgelände. Hier ist bestimmt voll die übelst geile Sachen. Auf jeden Fall, das müssen wir uns mal markieren, dass wir hier nochmal hingehen. Der Rucksack ist weg. Wie? Der Rucksack ist weg? Der Rucksack und alles, was drin war, ist weg. Yay! Dieses Kackspiel. Ich habe da deine Axt reingepackt. Ja gut, die Axt ist ja nicht so schlimm. Solange du meine Waffe hast, ist alles gut. Was ist denn? Ja, die habe ich. Ja, das dann ist... Es leckt. Komm, dann nehme ich halt... Ich kann dein Seil nicht mitnehmen. Ich fasse es nicht. Das Spiel ist so am Abschmieren, ey. Ich mache jetzt hier auch mal... Ja, aber du wolltest ja deine Waffe haben, ne? Ja. Dann mache ich nicht Neustart. Weißt du jetzt ungefähr, wo du warst? Nein! Ich weiß es nicht. Okay. Dann gehe ich auf Erkundungstour. Ich will unbedingt wissen, wo ich hier bin, weil ich möchte echt gerne hier das... Boah, das ist so übelst... Übelster Shit hier. So ein riesiges Gelände. Was ist das? Ist das ein Zombie? Ja, das ist ein Zombie. Einwandfrei. Aber zumindest hast du jetzt auch mal deine Ausrüstung verloren. Ausgleichende Gerechtigkeit. So, ich möchte gerne wissen, wo ich hier bin. Das ist... Das ist immer noch... Ich bin jetzt hier und seit... Schon seit drei Kilometern beim Laufen oder so. Bin ein bisschen übertrieben. Weil das geht weiter, das geht weiter. Das ist bestimmt irgendwie so ein neuer Ort oder so. Ja, wirklich wär's. Und da ich ja so toll war und hab für immer schön... Boah, ist hier geupdatet. Meine Karte auf dem Handy. Ich hatte ja schon bei der letzten Aufnahme nicht geupdatet. Aber ich glaub, hier war ich schon mal. Ja, hier war ich. Sind wir noch hinter mir? Tatsache. Ich muss weiterlaufen. Ich muss was zu trinken finden. Ich will doch nur wissen, wo ich hier bin. Das ist immer, glaub ich, ein relativ großes... Große Stadt hier. Okay, jetzt haben wir das nicht langsam hinter mir. Das ist nur ne Tanke. Hm. Ja, was das auch immer ist. Ich weiß, wie Bushaltestille oder so. Hier muss es doch irgendwo irgendwas zu trinken geben. Muss es doch irgendwo ein verdammtes Ortsschild geben. Na. Kannst du nicht hier sparen. Ich muss wirklich trinken. Das ist bestimmt mitten irgendwo in der Pampa. Was ist das denn hier? Das ist... Alter, voll die Schuppen und alles. Und jetzt hier sind ja so übelst viele Häuser. Das ist... Das kann auch bestimmt Dings sein. Elektro oder so. Oh, ich glaub, ich hab was... Nein, das ist Jod. Ach, kacke. Was hast du denn gesagt? War zu trinken. Ach so. Jo, kannst auch mal trinken, ne? Aber ich hab so eine Vermutung. Was denn? Ich fass es nicht. Der Rucksack ist noch da. Wo war er denn? Ich hab's geschafft... Ich hab's geschafft, den Rucksack in den Rucksack zu stecken. Nee, ne? Jetzt ohne Scheiß. Ach, wie geil. Wie viel Platz habt ihr weggenommen? Alles. Ach so. Und jetzt liegt hier ein Rucksack mit einem Rucksack drin. Das ist okay. Ich lass den da liegen. Was ist das oben? Ist wieder Jod. Was ist denn hier mit der Familie los? Hier ist ein Shop. Mutti, Mutti, ich hab Durst. Da, trink Jod. Hier ist ein Shop. Ein Shop ist gut. Ja, aber ich geh da nicht rein. Ich will einfach nur wissen, wo ich hier bin. Hier ist was zu essen. Ein Apfel. Naja, gut. Der wird zumindest helfen, den Durst zu verringern. Ich hab da die Vermutung gehabt, weil ich konnt nix in den Rucksack reinpacken. Obwohl der leer war. Was ist das denn hier? Da hast du ein riesiges Gebäude. Alter, das ist voll die geile Gegend hier. Was gut ist, du kannst es ja sehen, dann später, wenn ich es hochlade. Naja. 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 Das ist noch ein großes Gebäude. Ich bin jetzt in der Stadt gekommen. Ich weiß aber nicht, welcher das ist. Die sind jetzt noch Schilder. Oder in der Ortschaft. Ach, der Mann mit den Sonnenblumen. Der Mann mit den Sonnenblumen. Da bist du an der Ostküste. Nee, das ist ein anderes Schild. Ach, das ist ein anderes Schild. Ich glaube, ich bin da, wo ich schon mal durchgelaufen bin. Wo ich den Zombie hab einsperren müssen. Das sieht ganz danach aus. Der Zombie läuft immer noch hinter mir her. Ganz schön hartnäckig. Ja. Das würde ja aber bedeuten, dass ich dann den Zombie ja jetzt töten kann. Weil jetzt hab ich ja was, womit ich mich wehren kann. Sogar etwas, womit ich mich ziemlich gut wehren kann. Wie hieß die? Also Hobo A war das auf jeden Fall. Hobo A, ja. Sowas hast du gesagt. Ja. Hier kommt einfach kein Ortsschild. Hier ist irgendwie so ein Trans... Nee, wie heißt das denn? Transformatoren sind das nicht, oder? So ein Elektro-Werk. Ja, doch. Das sind Trans... Oh, ein Brunnen! Funktioniert der? Komm schon, bitte. Was ist denn hier? Nein. Aber ich hab die Wasserflasche. Ein Elektro-Werk. Ich hab da aber Angst, hinzugehen. Drink-Bottle. Hier ist ein Staudamm. Drink-Bottle. Alter. Der Boden geht nicht. Ist das so? Hier ist ein Staudamm. Kleiner. Oh, nee. Ich glaub, ich weiß, wo ich bin. Bei der Polizeistation. Ich bin den Weg zurückgelaufen. Nein! Oh, verfickte Fluchscheiße. So, der Zombie ist anscheinend jetzt back. Baked Bean? Ich brauch doch nichts zum Essen. Ich brauch mal zu trinken, Mann. Hier ist noch ein Schild. Aber das ist in einer anderen Polizeistation. Nee, ich glaub, ich war hier noch nicht. C, B, E, P. Jep. C. C, B, E, P. C. Was sind C? Was sind A's? Komische Buchstaben. Das sind alles komische Buchstaben. C. Warum finde ich immer nur Jod? Verfluchte Scheiße. C, B, E. Ich tu mal grad hier updaten. Meine App. Ja, mach das mal. C, B, E, P. Was, 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 was? Geht ab? Ich dreh mich nur noch im Kreis. Ach so, ich dachte, du meinst mein Handy. Dass du irgendwie... Nein, 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 nein. Nein, mein Charakter dreht sich nur noch im Kreis. Boah, er wird empf... Oh, ich weiß nicht. Ich kann nicht gehen. Alter, du bist unspielbar. Was machst du denn? Er dreht sich nur noch im Kreis. Oh. Konfirmation of changes. Kein, I'm not responding. Warum Scheiße, mein... Was machst du meinen Charakter denn da, bitte? Warum guckst du denn an die Decke? Hör auf, an die Decke zu gucken. So, ich... C... Wie ist das? C, B, E, P, hab ich gesagt, ne? C, B, E, P. Oh. Himmel. Was? Ah, die Junge. Meine App. Jetzt hat's auf... Jetzt hat's aufgehört. Was ist das denn? Munition. 380 Munition. Ich hoffe mal nicht, dass das jetzt allzu groß ist. Aurel Unit. Ja, komm. Oh. 46 MB. Los, WLAN! Los! Na gut, 10 MB hab ich schon. Ich hab'n Defibrillator gefunden. Super! Der wird mir helfen, wenn ich... Wenn ich, äh, todsterbenskrank irgendwo... Oh. Oh. Ein Magazin für ne Pistole, die ich nicht mehr hab. Aber wurde ich jetzt gekickt, weil ich 10 Sekunden auf der Stelle stand, oder was? Ne, da stand, da stand irgendwie, äh, Client Not Responding oder sowas. Der ist ja hochgradigst merkwürdigst. Ich hoffe mal, ich komm wieder auf den Server drauf. Pommesbude, aktualisieren bitte. Schnetzelbude, da ist er. Oh, ich glaub, das ist ein Laden oder Krankenhaus. Krankenwagen! Ne, der nicht, aber ein Krankenhaus könnte es sein. Da könnte ich vielleicht was drin finden zum Trinken. Wow. So. Jetzt bin ich wieder da, wo ich vorhin... C, B, I, P. Das ist 100 Pro bestimmt einer von den neuen Orten. Jetzt, hallo! Ich möchte zurück. Ist der noch am Installieren, oder was? Wird er aktualisiert? Oder wird? Ich hab schon wieder was zu essen gefunden. Ich kann doch nix aufnehmen. Ich bin doch vollgepackt bis oben hin. Ich will was trinken. Was liegt denn da? Ein Swing-Kit. Das hilft mir viel. Ein Gasofen, eine Batterie, ein Hammer. Jede Menge Werkzeug. Ja, toll. Gut, building locations, bla bla bla. Ich werd hier verdursten. Ich werd jämmerlich verdursten, weil ich einen Gasofen gefunden hab. Na? Dann möcht ich jetzt... Oh Gott, sonst sieht ja hier alles anders aus. Äh... C, B, E, P. Jetzt muss ich durch den C gucken. C... Das war ganz hinten. Also ganz unten. C... Oh, jener Fressen. C, B, E... Wenden. T... Wenden. Nee. Was nicht? C, B, E, P? Ja, aber ich find das hier nicht. P, B, P. Ist auch jetzt total spannend für die Leute, die hier zugucken. Bist du eigentlich wieder auf dem Server drauf? Ja. Okay. Du bist auch nicht nackig? Ich bin so wie vorher. Du hattest ja sowieso nicht so viel, ne? Ich hab gar nix. Na gut, dein Zeug hab ich ja mitgenommen, eher oder weniger. Ja. Oh, fucken, ey. Das kann doch nicht sein. Das muss es doch geben. Oh, da ist ein Laden. Ach, wenn ich drüber springen willst, dann lauf ich halt drum rum. Kommt schon, irgendwas muss hier zum Trinken sein. Das ist eine Tomate. Ah, ich guck mal nach dem Hobo A. Hier liegen überall Klamotten rum. Aber von den Klamotten werd ich nicht durstig. Unfassbar. Wie viele Schuhe ich jetzt schon gefunden hab. Da könntest du eine halbe Privatarmee mit ausrüsten. Also langsam geht's ins Rote. Hobo A, da. Go-to.